Ahoi Leute und willkommen zum nächsten Part vom Tide Quest Multiplayer-Let's Play mit Fischi, den Dojos, mir, Portalen und Titan Quest. In Farium immer noch. Ahoi hoi. Ja, wir sind ja im letzten Part in Farium angekommen und die haben wir schon genommen anscheinend. Ja, ich wollte eigentlich nochmal gucken, wohin der andere Weg da führt, den wir da hinten gegen das andere Quest. Achso, ich hab's dafür nur aktualisiert. Ähm, wo der Weg hinführt bei Gizeh, der war ja auch im Weg nach Farium und hier ist Farium. Da unten ist die Höhe, lass mal da durchgehen. Das wird die sein. Vielleicht. Ist sie, ja. Sicher? Ja, weiß ich noch. Aus dem, als wir das gezockt haben, hier ist ein Brunnen. Ja. Moment, ich hab' wieder alt gedrückt. Weg nach Farium, sag ich doch. Das hier ist der Weg nach Farium, also, das ist für richtig. Ja, dann gucken wir uns die da mal schnell an. Ja, doch, da hinten waren wir schon. Ja, ich war da noch nicht. Bei einer Meisterschaft. Alter, ich hasse diese vier, die machen richtig schade. Salzstangen sind übrigens lecker. Weißt du, was noch lecker ist? Achso. Ökohol. Ja. Also, Apfelsaft. Ich hasse diese dreckigen Viecher. Weg nach Farium. Ich auch. Was? Weg nach Farium. Aber ich frag mich jetzt, wo's für dieser andere Weg da war. Weil, das zweite, äh, der zweite Weg ist eigentlich komplett unnötig. Eigentlich schon. Weil wir hatten doch einfach von gesehen, da... Ist der denn doch durch die ganzen Raupen durchgelaufen? Ja, ich wollte eigentlich nur, äh, die, äh, Höhle hier erkunden. Wie viel Leben hast du jetzt eigentlich maximal? Äh, ohne Eichenherz hab ich 1,3. Ja, ich bin grad nicht in deiner Nähe. Äh, 1,9. Ich krieg 600 dazu. Okay, ich hab 1,7. Und ich hoffe übrigens, dass man alles vernünftig hört, weil ich stell das T-Bone irgendwie zu jeder Aufnahme um. Macht er ja nicht. Ich hab noch nicht irgendwie so den richtigen... Hä, wo, wo waren wir denn jetzt hier schon? Hm, ja, ganz am Anfang waren wir. Ja, da sind wir reingegangen in die Hürde. Das ist auch mir erkundet. Bei mir nicht. Genau, also ich, bei mir was erkunden. Ja, dann, äh, gehen wir einfach... Ich geh dann wieder raus. Ja, warte kurz. Gab's ein Fahjum im Brunnen? Ja, das ist auch schon, wir haben ja bei ihm angefangen. Machst du mal bitte kurz ein, äh, Portal? Hab ich. Gut, danke. Danke. Was? Keshi, danke. Machst Keshi. Ja, hab ich gerade angeschrieben. Sag ihm mal, dass wir heute noch aufnehmen müssen. Wir müssen zwar nicht, aber ich hab Bock dazu. Jo. Ähm, übrigens... Irgendwann vom 4.8. bis 24.8. müssen wir Party machen. Warum? Am Schürlaub. Okay. Bis dann hab ich schon Führerschein. Oh, ich hab jetzt schon, heh heh. Nee, 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 nee. Gerade mal, wer ihn nicht hat. Meine Freundin. Ja. Hat sie jetzt eigentlich schon Theorie geschafft? Nein. Sie hat wahrscheinlich nach meiner praktischen Theorie. Wo bist du eigentlich? Bin nach oben gegangen, da, wo wir noch nicht erkundet haben. Hey, hier haben wir auch nicht erkundet. Doch, ich schon. Nicht alles. Ja, in der Mitte nicht. Ja, das wollte ich erst mal machen, weil... ...nach rechts geht's dann wohl weiter, weil von hier sind wir gekommen. Das ist ein Schreiner-Erfahrung. Schaut gar meiner. Direkt so übergelassen. Oh, nicht jene. Wie weit bist du denn jetzt mit der Erfahrung? Äh, sieben. Okay. Also angefangen mit sieben gerade. Da sind irgendwelche Questgeber. Wer? Äh, Questgegner. Das hier. Nein. Doch, die haben geleuchtet. Ja, manche Gegner leuchten einfach. Ich hab noch auf TTT übrigens seit... ...heute, den ganzen Tag schon. Wann te man auch machen. Schon Todesbock drauf. Gar nicht mehr mit Aufnahme, einfach nur zocken. Ich hab richtig Lust drauf. Und wir brauchen nochmal... Hey, schieß mir den Kopf. Hey, fische schnell, schieß mir den Kopf. Puh. Weißt du, richtig gelohnt auf jeden Fall? Ja, auf jeden Fall. Wollen wir Dark Souls kaufen? Okay. PC und dein Display daraus machen. Wo ist klar? Geld. Hä? Wie viel? Ich bin ahnung, 50 oder so. Hm. Also Dark Souls 2 natürlich. Danke, aber nein, danke. Wir haben eh noch so viel, was wir zum Let's Play machen müssen. Nichts? Hinter dir läuft einer her. Ich weiß. Das war mir bewusst. Ganz behindert bin ich auch... Doch, bin ich eigentlich schon. Ist das ein Bossmonster? Oh, hier ist noch ein Bossmonster. Oh, 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 oh. Das ist illegal. Wo ist denn hier ein Bossmonster da oben? Nein, das, äh, wo gebe ich... Ach, das? Hab ich auch nicht zuerst. Oh, ein Dünnräuber, Hanisch. Das scheint ein, äh, Questgegner zu sein. Gibt's nur dem Dünnräuber im Gruber. Ich glaub, die ganzen reitenden Dünnräuber sind Questgeber gewesen. Ach, ne, das war jetzt für dich, äh, Essenz. Ja. Ähm, den Heel wär cool. Ja. Diesen Zauber kannst du noch nicht anwenden. Guck mal kurz den Umhang an. Ne, 39. Ich dachte, der ist irgendwie cool, aber ist voll scheiße. Ähm. Was erkunden wir jetzt zuerst? Nach rechts, links, oben, unten. Ja. Okay, ich geb dir viel Möglichkeit, du sagst einfach Ja. Frenz mich doch, links. Danke. Es fehlt grad ein FPS-Bug, was. Ich auch. Dass du mir die ganzen Gegner weggezogen hast, während ich gerade... ... eine Schockwelle reingeschossen hatte. Ja, die ist sowieso scheiße. Ja. Alter, meine FPS sind gerade richtig scheiße. 14. Meine sind gerade auf, äh, 34 bis 20 runtergegangen sogar. Jetzt bitte aufhören zu essen. Das ist mega nervig. Aber es schmeckt. Aber es ist so laut. Ich weiß. Kannst du mich healen? Jo. Du sagst, kannst du mich healen und du darfst einfach weiter. Einfach an mir vorbei. Ja, ich muss... Ich will dich ein bisschen trainieren, dass du mich ja auch in der Bewegung healen kannst. Wenn du außerhalb von meinem Bildschirm bist, geht das kaum. Also, ja, du hast ja... Du spielst ja hier voller D, oder? Hahaha, ja, genau. Halt, kalt, kalt, kalt. Ich spiel nicht mal auf... Danke. Ich spiel nicht mal auf HDMI. So, was haben wir denn? Ich spiel nicht mal auf HDMI. Ich spiel nicht mal auf HDMI. Alter, mein PC hat nicht mal HDMI-Anschluss. Ich habe eine Grafikkarte. Dein PC hat wahrscheinlich auch keinen. Cool. PCs haben keinen. Immer diese Fallensteller-Skills. Mega nervig. So. Hier steht jetzt so ein komischer Eden-Splitter. Woher heißt das die Eden-Splitter heißen? Die heißen nicht Eden-Splitter, ne? Das heißt, das ist die Eden-Splitter. Die sind diese komischen Artefakte-Eden-Splitter. Stimmt. Wenn man irgendwie finden musste, wovon er irgendwie einen gefunden hat und der andere hat man dann nicht genommen. In welchem Teil? Weiß ich nicht mehr. Ich rede die Eden später, weil in den 1. Nein, die sind in allen Teilen. In Teil 1 bekommst du den Eden-Apfel am Ende. In Teil 2 musst du ihn, glaube ich, finden. Und in Teil Brotherhood kannst du ihn, glaube ich, sogar benutzen. Ja, und der ist totesnervig. Das ist das Schlimmste. Das ist richtig bindet, das Teil. Weil du kannst ihn nicht benutzen wie dieser Typie, gegen den du im ersten Teil kämpfen musstest. Nein, du sackst jedes Mal komplett zusammen und stirbst fast, wenn du das Teil benutzt. Wow, fachgut. Der ist halt ein Mosche. Fachgut. Alter, warum sind meine FPS gerade so scheiße? Weiß ich nicht. Hast du noch Photoshop noch hintergelassen? Nein. Aber trotzdem, es sollte eigentlich kein Problem sein, weil mein PC ist nicht im Ansatz ausgelastet. Die CPU-Auslastung ist knapp bei 20%. Und Ram ist auch nur ein Viertel ausgelastet. Max, nein. Nicht mal ein Viertel, ein Viertel vielleicht. Warum sind das so viele Gegner hier? Ich hasse diese riesigen Monsterlager. Sie sind so behindert. Ich bin jetzt von sieben auf neun gekommen. Ich bin jetzt von drei auf sechs. Ja, aber du hast ja auch noch eine Erfahrung geschreit. Ist hier oben noch was? Wollen wir in die Höhle gehen? Ich denke mal, da geht's weiter. Ja, denkste? Guck mal kurz rein, was da kommt. Ja, sieht nach irgendwas aus. Ja, vor allem, weil hier nichts mehr kommt. Ich gehe hier die ganze Zeit einfach nur um den Berg verlangen. Boah, richtig. Okay. Nein, hier geht's weiter. Sicher? Ich stehe in der Fackeln. Was uns trotzdem erst mal kurz den Rest erkunden. Ja. Ich mache gerne auf der Karte immer so das ganze Schwarz weg, weil das sieht einfach besser auszuhören. Ja, und vor allem kommen wir in die B-Sonne. Okay, hier sind die beiden Fackeln, von denen du besprochen hast. Gold. Das ist nur eine Höhle. Boah. Ich hab' ich gesehen. Das andere sah aus wie so'n Grab. Dahin geht's aber auch wieder raus. Ja, gibt das irgendwie so'n bisschen verwirrend. Hat's grad'n bisschen geleckt? Ja. Weil wir gehen eigentlich Skorpion lang und die machen einfach nichts. Bei mir war da kein Knochenhaufen. Dann sind wir nicht der Skorlet und die Energie drin. Näm' ich das halt. Ich hasse Skorpus. Ja, ich auch. Erkunden wir jetzt erst die Höhle, oder? Erst die Höhle. Warum gehen wir nicht erst mal draußen lang? Ja. Ein Heal wär' cool. Ich heil mich selber. Na, wie gesagt, wenn du wegrennst, kannst du dich nicht heilen. Ja, ich kann doch nicht stehen bleiben. Dann bin ich nämlich sofort tot. Ja, ich weiß. Obwohl du eigentlich ziemlich viel durchhältst. Es wär'n Heal ganz cool. Ja, warte, ist lag grad. Das war ein gutes Wurfmesser. Wir sind vier Stücke getroffen. Oh, ein Gesundheitsdruck hat sich richtig genutzt hierhin zu gehen. Guck mal kurz, was der Timer sagt. Ach, sechs Minuten. Der Timer sagt gleich bestimmt, irgendwann Arbeit ist out. Wahrscheinlich. Außer natürlich, du hast ihn umgestellt. Na. Sandverschützete Hürde. Ich seh' ja gar keinen Sand. Ich hoffe übrigens, es stört nicht allzu sehr, dass ich esse nebenbei. Doch, das stört ziemlich. Hört man es sehr? Ich meine, es stört selbst mich. Hört man es sehr? Ne, aber es ist schon... Alter, die machen übertriebenst viel Schaden. Wurdest du dich als, ähm, Ziel haben. Alter, das ist ein guter Schlimmste gegen den Spiel bisher. Ich fokke grad auf CTT, das glaubst du gar nicht. Alter, ist doch viel. Wow, hat es sich richtig genutzt hierhin zu gehen, aber nichts. Ich hab'n säuernde Haube und irgendwas. Anderes, säuernderes. Du schildst, scheiße. Was? Ich guck halt im Inventar durch. Also, die Bolzenfalle macht gar keinen Schaden. Und die Marten machen übertriebenst viel Schaden. Hab' dir gesagt, die Bolzenfalle ist scheiße. Hast du sie, in welchem Level ist sie jetzt eigentlich? Weiß ich gar nicht. Zwei, drei? Denk mal. Guck mal kurz. Bolzenfalle hab' ich auf drei. Ja, dann ist klar, dass die keinen Schaden macht. Und einmal noch Schnellbau hab' ich da drauf, aber das bringt nur Schnellbauen halt. Gold, 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 Gold. Deine waren Schilder, aber ich hab' Gold gesagt, weil er von Gold geschrieben war. Wie hast du so riesige Höhlen? Wo ist du? Da. Ja, ich hab' die unten schon mal gepullt. Ich hoffe, die kommen jetzt auch. Nein. Ah, Alter. Für meine Abonnenten ein bisschen nervig, das Klicken auf der Maus. Ja, ist für meine aber auch so. War da hinten nochmal Götterblut? Ich hab' sie nicht gepullt, ich hab' sie auch schon getötet. Ich kann doch mal wieder Tode- Ich benutze eigentlich so gut wie keine Skills. Mein Blitzpuller benutze ich nie, außer bei Boss-Gegnern. Ich bin ja auch noch nicht. Ich hab' ihn geholfen, ich hab' ihn geguckt. Ich hab' ihn geholfen. Ich hab' ihn geholfen und hab' ihn geholfen. Ich hab' ihn geholfen. Wir sind ja auch in der großen Maus kämpfen. Was ist das denn? Das Cerabeos sind das Ja, jetzt waren es Cerabeos, ne? Ja Okay, hier ist ein bisschen satt Oh, ich wollte gar keine Wolfenfalle setzen Ja, mir ist ein Gegner Ich weiß, und hier ist eine Truhe Klar, scheiß auf die Gegner Hauptsache eine Truhe öffnen Ja Bist du ein Assi? Das ist auch normal Wollte mal nach einem schönen Autoteam wieder aufbauen geguckt Und? War gerade ein Dingsgegenstand? Nein Ich suche nach einem ganz speziellen Auto Und das kriegst du irgendwie nur aufgebaut, also sozusagen neuwertig Und dann auch nur für so 30 Was für ein Auto? Ein Chevrolet Impala 67 Das Auto, was auch damals das Polizeiauto war in Amerika Nein, das ist der 64er Aber das Modell halt Also Alter Ja Ja Das ist Unangenehm, würde ich mal sagen wie die Gegner hier Ja, wenn das ein paar mehr sind sind die echt gut Wir sind glaube ich ein bisschen unterlevelt langsam Nein, Mann Ich habe überhaupt keine Probleme Wie weit geht das denn runter? Keine Ahnung Wir hatten vorher ein paar Teile zusammen Ja, ich nehme die einfach mal mit Ja, nimm mal bitte mit Ja, hier sind zwei Ausgänge nochmal, ey Was ist denn los mit denen? Oh ne Scopus Delicti Ja, zum Glück habe ich einen Todeschlag Der wie 200% Schaden macht Ja, ich auch Wie? Ich habe auch auch sowas Nein, du hast Psi-Berührung Ich habe Kalkulzer-Schlag und Todeschlag Todeschlag ist ein eigener Skill Oh Den mache ich einem auf den Gegner rauf und der Tötsel dann One-Head passt Die meisten Okay Todes Durst Ich glaube ich mache mir gleich einen Apfelsaft Na? Einen richtigen Apfelsaft? Ich mache mir einen Apfelsaft habe ich gesagt Also du nimmst ein Apfelsaft und drückst ihn aus oder wie? Jaja Ein Doktor hat gesagt Verstehe ich es nicht Was? Achso Ich glaube ich trinke gleich wirklich einen Apfelsaft Äh, der Pard ringelt gerade Mitten in der Hühle Ähm Ja, dann müssen wir halt direkt gleich noch einen aufnehmen Ja, okay, dann hoffe ich euch hat der Pard gefallen Bis zum nächsten Mal Haut rein Leute Tschüss Tschüss